Da ist noch, da ist noch, da ist noch ein Baum, ein Baum! Ich bin noch im Menü, alles bekannt, früher 2016. In den Zeitungen gab es Jasper-Anzeige, Verschwinden von Touristen in einem Nationalpark. Die Polizei glaubt, es war nur ein Unfall, weil... Achso. Weil ging die Band auf einen Floß, aber nur sind sie sicher, dass sie selbst schuld einer schwer fassbaren Kreaturin, genannt Bigfoot oder Schneemann, sie und ihr Team von Forschern... Schneemann. Da ist der Fußball, komm Schneemann. ...beschlossen, die Wahrheit zu bekommen. Hoffentlich werden wir aus dieser Aufnahme ein Video bekommen, liebe Freunde. Ich sehe schon den Titel. Die Wahrheit bekommen. Und damit herzlich... Und damit herzlich willkommen bei eurem Sarazar. Hallo zu diesem Video. Super. Wir spielen Finding Bigfoot mit Sef und mit Schauland. Ich bin Bardo. Hallo. Bardo ist der wunderschönste Typ in diesem Wald. Mach das nochmal. Jetzt kommt die richtigen Angelegenheit zu machen. Könnt ihr... Ist das geil? Fühlt es am abspaßsten, Alter? Diese Bewegungen sind unglaublich natürlich in diesem Spiel. Ja, servus liebe Leute. Herzlich willkommen zu Finding Bigfoot. Das wurde uns ja schon mehrfach hier vorgeschlagen. Und jetzt begeben wir uns mal im Wald, um irgendeinem... ...haarigen Burschen hier mächtig auf den Pelz zu rücken. Dem Schneemann. Dem Schneemann auf jeden Fall. Dem Schneemann. Hier ist noch eine Nachtsichtkamera. Ich nehme die mal mit. Schaui hat das einzigste Gewehr von uns. Also ich weiß nicht, ob wir... Nein, hier oben ist noch eins. Hier kommen wir hin. Echt? Gib das her! Gib das her! Da oben! Da oben! Ey! Ich kann auch mit dem Seil... Sollen wir noch mal mit dem Seil in den Trailer gehen und da ein bisschen Spaß haben? Männer zogen mit Seil in den Wald. Und kamen nie wieder zurück. Das ist eine Signalpistole, ich nehme die mal mit. Ja, ich habe die auch. Darf ich die mal abschießen? Feuer, 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 Gun. Also Ziel des Spiels ist es... Also wir müssen... Alter, spring nochmal. Das ist so elegant. Feuer! CSGO ist ein Scheiß-Dreck dagegen. Hör doch mal auf. Okay, wir müssen Bigfoot finden. Und hier ist Fleisch. Komm, wir können nochmal ins Trailer gehen. Oh, es ist fucking laut. Du hast es versaut. Du hast alles versaut. Ich möchte dir den Schädel wegschießen. Das kann ich essen, das Fleisch. Dein hässlichen. Ich kann es mitnehmen, aber was mache ich damit? Ich bin das Fleisch. Was steckt dir in den Hals? Ich glaube, wir können Bigfoot... Ja, ich glaube, wir können Bigfoot... Bigfoot damit anlocken. Ja, genau. Wir müssen den Bigfoot... Fuck... Ripzweig auf jeden Fall. Ripzweig? Wir müssen den Bigfoot... fangen, fotografieren. Was hast denn du da? Einen Hammer, Alter? Ich? Was ist das? Das ist der Hammer. Der Hammer schmeckt hin. Das ist eine Kamera. Achso. Vorschlaghammer, Alter. Das ist doch losgezogen. Ich habe meine Hose ausgezogen und der vorher kam in Vorschlaghammer. Nein, ich glaube, wir können die Kameras irgendwo aufstellen und dann in unserem Trailer dahinten ein bisschen voyeuristisch den Yeti beobachten. Müssen wir den fotografieren oder müssen wir den umlegen? Ich bin für töten. Und dann erst... Nein, fangen, fangen. Sef, wo seid ihr jetzt? Ich habe euch verloren. Wir müssen ihn bekommen. Ich habe mich auch aus den Augen verloren. Wo seid ihr? Ich bin wieder beim Trailer. Ich sehe einen, ich sehe einen, ich sehe einen. Nein! Hi, Schaui. Ich sehe zwei. Ich dachte, du wärst der Bigfoot. Du, großes, haariges Tier. Bin ich so haarig? Ja, du bist... Ja, komm, komm. Kommt mal, Freunde. Kommt! Wir machen eine Reihe. Wir machen eine Reihe selbst bis vorne. Schaui ist eine Mütze. Die Videoreihe. Und Schaui ist eine Frau, dass ich kenne Schaui auf ihn. Oh, ich habe gar keine Munition. Ich habe gar keine Munition hier für das Gewehr. Ich laufe mit einer... Du kannst dich auch irgendwie wechseln mit Z. Echt? Ja, was rot ist. Da gibt es Track und Bullet. Ich habe Bullet. Achso. Und du musst natürlich... Ah. Oh, doch, jetzt lädt der. Sehr gut. Oh! Oh, Alter, du... Huren. Das sind Raketen, wie er voll erwachsen. Ich hätte nur noch zwei davon. Oh! Oh, ich habe gehört! Wo ist er? Habt ihr gehört? Ja, ja. Ich gehe da hin. Ich schieße den ab. Ich schieße den ab. Ich mache den... Ich bin so leise. Ich muss mein Ausmaß. Ich mache den ganzen Wald kaputt. Das ist im Wald heil. Das kam von hier auf jeden Fall. Seid mal vorsichtig. Ich habe nichts gehört. Scheiß auf die Kameras. Wir erledigen den einfach. Der muss hier irgendwo sein. Der muss hier irgendwo sein. Genau. Wir knallen den erst mal ab und dann fragen wir. Also ich höre es hier übelts atmen. Was ziemlich, ziemlich geil ist. Oder bist du das hier hinter mir? Schau mal, dann ist es mächtig am Rumkeuchen. Der keucht sich einen in seinen Zopf auf jeden Fall. Oh, drück mal die rechte Maustaste. Jaja, Nachtsicht. Nachtsicht, ne? Jaja, kennen wir alles schon. Nachtschicht. Wir erfahrenen Yeti-Killer. Nachtschicht-Jumpscare. Nach Sicht. Surprise, Motherfucker. Kann der Yeti uns töten, theoretisch? Ja, dich tötet er. Mit Vorliebe. Weil ich der Letzte bin. Und dann setzt er einen Haufen auf deinem verstümmelten Leib. Der kann uns pranken mit seiner Pranker. Weißt du, der Yeti hat die Kamera so aufgestellt. Der macht Pranks. Scare Human, friend. Pass auf, apropos Kamera. Ich stelle jetzt mal eine Kamera auf. Auf seinem Kanal. Ich stelle die mal hier auf. Zack. Wie du läufst. Gut, Kamera. Let's. Ist das eine tolle Kamera? Ja, es steht alle wie die Kamera. Let me take a selfie. Hast du die weggenommen? Ich habe die weggenommen. Na toll. Schau, ich habe die aufgenommen. Ich stelle die nächste auf. Wir wissen, wie das Spiel funktioniert. Ich sehe schon. Oh, C. Ich kann noch Pfeilen aufstellen. Und ich kann noch Fleisch auslegen. Ah, ich habe keine Kamera mit. Auf X. Oh. Kann ich, kann ich mit dem machen. Warum macht ihr die nebeneinander? Macht die doch woanders hin. Ich lege hier Fleisch hin. Weil. Zwischen die Kameras. Ja, ja, genau. Genau, genau. Da liegt jetzt Fleisch. Okay, wie kann man jetzt die Kamera setzen? Ah, so. Ja, genau. Genau so. Und, und jetzt E? Oder klicken? Ah. Wir melden das Fleisch aus. Nice. Ja, vielleicht noch ein paar mehr Kameras. Ich lege noch eine Falle daneben. So. Dann läuft der Fleisch aus. Das wird funktionieren. Das kann gar nicht schief gehen. Es gibt, es gibt keinen Grund, warum das jemals schief geht. Oh, scheiße. Bin auf mein Touchpad gekommen. Sorry dafür. Ja, ja, natürlich. Ist okay. Ich kann nicht ein Fleisch droppen. Links, link im Ausdruck. Bardo droppt sein Fleisch. Nicht, ich glaube es nicht. Ich habe eins mitgenommen. Ach, X. Besser, als wenn er es schwingt, oder? Ah, ich verstehe. Vielleicht sollte Bardo nochmal seine Leuchtfackel abschießen, weil der Yeti, das hat ihn ja irgendwie beeindruckt gerade. Jetzt ist er wieder weg. Ich habe euch hier raus in den Augen verloren. Das ist aber ein realistischer Wasserfall. Vielleicht schieße ich einfach hier random mal so eine Flair rein. Passt mal auf. 3, 2, 1. Hilfe. Ich habe mich aus den Augen verloren. Oh, man sieht die scheiß Flair. Weißt du was? Ich habe keine Leucht. Ich habe keine Flair. Gleich kommt das SEK und schließt uns für immer weg, Alter. Oh. Wo ist denn der Bigfoot? Bin runtergefallen. Der Bigfoot ist nicht da. Hier ist was Grünes. Ich komme einfach mal mit. Hier ist irgendwas Grünes. Das ist ein Surfbrett. Wer surft denn hier? Seid ihr bescheuert oder so? Ich würde gerne ein bisschen surfen. Dann würden wir surfen jetzt. Weee. Das war mit zu den Flüssigplänen. Baywatch, Alter. Kommt ihr mit? Ja, ich dachte erst, du gehst auf dem Wasser. Schaui fehlt es dafür mächtig an Oberweite, muss ich sagen. Die hat Bardo auf jeden Fall. Oh, es geht nicht weiter. Das stimmt. Unsicherererant. Ah, hier geht es nicht weiter. Kein Vorankommen möglich. Meine Sneaker sind langsam nass. Okay, ähm. Ich schieße mal den Bigfoot an. Ich schieße mal. Das Ding ist, der ist irgendwo... Oh! Oh, fucking hell. Der ist irgendwo random, oder? Ich glaube auch. Der versteckt sich natürlich. Wann ist denn Nacht? Sagt mal. Wenn die Sonne weg ist. Aber wir müssen unseren Trailer wieder finden. Ja. Aber shit. Wir müssen unseren Trailer wieder finden. Den werden wir sowieso nie finden, Alter. Ich stelle jetzt noch eine Kamera auf. Ich bin ja schwer dafür, dass wir nachts irgendwie hier umher wandern. Ja. Das ist bestimmt viel. Da ist er, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Der läuft da. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Was? Ich renne hinterher. Ich komme. Wo ist er? Ist er groß? Ich habe ihn im Kasten. Ist er sehr groß? Der ist mega groß, Alter. Ist er ein Schneeweich? Der ist vor allem mega schnell. Ich weiß nicht. Er ist nur weggesprintet. Ich glaube, der hat Angst vor Bardo. Ich habe... Hast du ihn gehört? Anscheinend lockt die Fackel den vielleicht an. Ja, immer wenn ich schieße, kommt der. Ich glaube, die verjagt den, er. Meinst du? Der ist übrigens weggerannt. Wo ist er denn so schnell hin, Alter? Wie ist er denn so schnell? U-Shane Bigfoot. Ich höre ihn, aber ich höre irgendwas röcheln. Das bin nicht ich. Das bin ich. Ach so. Der hat mir noch röchelt selbst. Ich habe das Gefühl, es kommt eher von rechts. Es kommt von rechts. Dann ist es von Bardo. Ist er denn rechts neben mir? Ich bin kurz stehengeblieben. Doch, ich höre den. Komm mal mit. Folge mir. Ich meine, guck mal, hinten sind so Felsen. Vielleicht sind da Höhlen oder so. Auf jeden Fall. The Motherhole ist da. Das Black Motherhole. Aber ich höre auch was. Soll ich vielleicht einfach mal so eine Flair hier abschießen? Ich verschränke die Flairschen. Ich meine, die beste Vision, ich bin mit dem Feuer. Bestimmt. Tolle Flair. Ich will ihn aber auch mal sehen. Ja, irgendwie ist der weggerannt. Der will nicht mit mir kuscheln. Die Sonne geht übrigens unter. Also entweder müssen wir ihn jetzt finden oder wir müssen langsam nach Hause. Falls ihr Mitleid habt, drück doch mal den Like-Button. Warte mal, wenn ihr hier mal einsteigt, dann stell ich noch eine Kamera auf. Ja, ja. Ja, ja, mach mal. Ich werde auch was Fleisch hier hin. Wow. Wenn ihr Fleisch mögt, dann drück doch mal den Like-Button. Ach so, ja. Leg hier ja noch einen Köder aus oder so. Bardo, drop dein Fleisch. Das reicht. Ich habe mein Meat gedroppt. Okay. Wir finden immer Meat. Ist es so, von der Größe gut, ne? Ja, ja. Das passt. Das ist ein ordentlicher, ein ordentlicher Yeti-Happen. Das ist mir ein bisschen zu phaserig. Hey, du hast ja eine Flashlight. Ich? Ja, man hat, man hat eine. Ach, mit F. Auf Kopf hast du den. Okay, ähm. Warte, ich hänge im Bambus fest. Wollte aber auch schritte. Ich mache mal das Spiel laut. Ich habe das Gefühl. Wollen wir zurück zum Fiel laut machen. Hier sind Zelte. Alter. Die sind bestimmt von seiner Familie. Bigfoot hat bestimmt so ein kleines Bigfoot. Ich habe hier eine Karte. Hier ist Blut, hier ist Blut, Alter. Hier ist Blut. Wie kriege ich die Karte weg? What? Was? Hier ist Blut und ein Zelt und... Und irgendwelche Dinger. Cocktails, Bierflaschen. Ich habe Blut? Oh, denn? Ich sehe gar nichts. Oh, oh, ich... Ich habe keine Taschenlampe angehabt. Mach mal die Augen auf. Ach so. Oh, fuck, ja. Hier ist ein Paddel. Ach, guck mal. Jetzt wissen wir noch, wofür das Surfbred? Wollen wir den Tisch plandern? Wollen wir looten? Können wir hier irgendwas looten? Kann man sich hier hinkommen? Das ist nicht The Forest. Hocke ich bei euch oder laufe ich nochmal? Komm, wir schlagen jetzt erstmal ein paar Bäume und dann bauen wir uns hier in der Hütte oder so. Ach, nee, dann kommen die Eingeborenen. Ah! Ich höre hin! Wo ist er? Wo? Alter, what the fuck? Ich habe mich das erste Mal gehört. Oh mein Gott. Boah, das war übelst creepy, Alter, ja. Habt ihr noch eine Leuchtpistole? Ja. Ich auch. Ich habe einen schon geworfen. Sorry, ich muss was sehen. Boah, irgendwie ist mir gerade unheimlich hier. Ist schon... Ist schon... Okay, wollen wir zurückgehen? Man hat auch eine Karte übrigens. Ich weiß gerade nicht... Ich habe die vorhin zufällig aufgerufen. Mit M? Ähm... Nee, mit... Nee, mit F ist Taschenlampe. Shift. Mit O zeigst du die FPS an. Oh, mit Q glaube ich. Mit Q. Mit Q. Ah, alles klar. Ah, jo, jo, jo. Ach, da sind doch die Kameras jetzt eingezeichnet. Bei euch auch? Ähm... Ja. Da haben wir eigentlich recht gut verteilt eigentlich. Oh, wir haben das... Wir haben hier das Lager gefunden. Da ist ein Totenkopf jetzt dran. Hm. Vielleicht sind da Leute verschwunden. Ich glaube, es gibt hier mehr. Wir sind wahrscheinlich die verschwunden. Ja, im Trailer waren noch diese Missing-Dinger. Ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich gibt es aber mehrere, ähm... Mehrere so Stellen. Aber ich würde ihn gerne sehen, ehrlich gesagt. Ja, wer will das nicht? Sehen wir schon noch früh genug. Sag mal, sind wir jetzt im Kreis gelatscht? Wo seid ihr? Es gibt nur einen Kreis. Hier. Richter hinten. Wo seid ihr? Ah! Hilfe! Was war das? Hilfe! Was? Ich habe einen Blitz eingeschlagen. What the f... Jetzt brennt der Baum. Jetzt brennt der Baum. Von mir, Alter! What the f... Was? Ich bin gestorben! Es gewittert... Direkt vor mir! Es gewittert noch nicht mal. Es war hinter mir. Hast du das gesehen? Ich dachte, es war der Bigfoot, der mich angesprungen hat. Alter! Ich habe die Hände vor meinen Kopf gerissen zum Schuss. Was? Alter! Was? Ich habe mich so aufschrauben. Ihr Baum aus der Hölle, Alter. Ich auch. Ich auch. Ich dachte, es wäre der Bigfoot. Ich war so sicher, dass der Bigfoot war. Ah, Alter. Nee. Okay. Jetzt bleibt mal dich zusammen, meine Engel, Schönen. Lass mal kurz stehen bleiben und vielleicht führen wir den Bigfoot. Vielleicht haben wir seine Schritte, wenn wir stehen bleiben. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ein Baum! Ein Baum! Ja, da ist er! Tötet ihn! Tötet ihn! Ich habe Schaden gemacht! Ich habe Schaden gemacht! Ich habe Schaden gemacht! Geil! Ich sehe ihn! Warte, stopp, stopp! Wir haben keinen Schuss mehr! Warum rennen wir ihn hinterher? Ich sehe ihn nicht mehr! Natürlich habe ich einen Schuss! Kommt! Ich habe auch eine Waffe! Echt? Ach, guck mal! Der hat einen Lebensbalken, glaube ich, oben! Ja! Oh mein Gott! Ich habe Schaden gemacht! Wo ist denn die Waffen her? Wo ist denn der immer hin? Ich habe ihn angeschossen, auf jeden Fall! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Mit meiner Deutschpistole! Ich habe ihn genau in die Fresse geschossen! Also wenn ich getroffen habe, ich weiß es nicht genau! Lass uns mal ins Camp zurückgehen! Ich habe ihn, glaube ich, mit so einer Track-Munition beschossen! Echt? Also wenn wir Glück haben, können wir ihn tracken! Ja, ich hatte die Track-Munition an! Du bist ja ein richtiger Schlaufuchs, Alter! Ich bin richtig cool, ne? Mit dir gehe ich öfters mal in der letzten Folge! Ich bin cool in der letzten Folge! Komm dann alleine wieder, Schauerland! Komm dann alleine wieder! Der ist auf mich zugerannt! Oh Mann! Ich habe aber keinen Schuss mehr! Ich habe keinen Munition! Ich brauche, oh Gott! Oh, es grummelt schon wieder! Boah, krass! Leute, ich lasse mich zum Lager oder irgendwo hin! Ich brauche Munition! Ich habe Angst! Alter, die Geräusche! Seid ihr das? Oder? Nein! Ihr raschelt in jedem Busch! Das ist ja übelst krass! Wo wollt ihr denn hin, Kinder? Du musst noch mal zum Lager, da gibt's Fleisch und den ganzen Scheiß! Ja, ich will auch... Geht das nicht in die andere Richtung? Weiß ich nicht! Ich habe keine Orientierung! Auf mich durfte ich hier nicht zählen! Dann haben wir doch eine Karte! Aber wo ist denn das Lager? Nee, nicht... Ja doch! Auf der Karte kann man aber sich nicht bewegen! Das ist ja scheiße! Du kannst dich drehen! Und dann... Ja, aber... Ich weiß nicht, ob das der... Der Bigfoot ist oder ob das wieder das Gewitter ist! Ist es unser altes Lager oder ist es das Lager, was wir gefunden hatten? Nee, nee, zum Wohnwagen müssen wir wieder zurück! Am besten! Ich glaube, wir müssen einfach... Folgt mir mal! Ich glaube, wir müssen in die Richtung! Man kann doch mit Karte laufen! Ihr kennt ja meinen... Ihr kennt ja meinen super Orientierungssinn! Oh, stimmt! Alter, war auch immer Bigfoot da! Der muss irgendwo in der Nähe sein! Oh fuck! Mit Karte kann man nicht... Ich glaube, wir stellen dich gegen die Wand, ey! Ja, du siehst halt... Man kann schon laufen, aber man muss schon aufpassen, ne? Oh mein Gott, ey! Da hinten! Da hinten ist was! Was denn? Wo denn? Alter! Da hinten ist irgendwie so ein... So ein Hochsitz oder sowas! What? Ja, komm einfach mal mit! Hier bin ich! Äh, wo seid ihr? Ich seh nur Bador! Ja, das ist die Frage! Wo? Wer ist hier? Wer ist hier? Wer ist hier? Wo? 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 Ich seh dich nicht mehr! Wo bist du? Wo ist ein Bador? Wo seid ihr jetzt alle? Alter, ich bin nicht zu dir! Aber wo ist... Wo ist Schaui? Ich zitter! Ich bin bei so einem Hochsitz! Wo ist denn hier ein Hochsitz, Alter? Ich glaub, Sef, weiter links, weiter links! Noch mehr? Noch... Was? Ich würd ja ne Leuchttanone abfeuern, aber ich hab keine! Ich geh da jetzt erstmal hin! Ui, liegt ne Falle! Und Munition! Sehr gut! Der hat mich grad angegriffen! Ey, der greift einen an und dann verschwindet der wieder! The fuck! Ja, man kann ja auch sterben theoretisch! Ja, ja, klar! Ach echt! Huch! Ui! Alter, Schaui, wo bist denn du? Alter, ich schieß mal! Habt ihr was gehört? Ne! Wir sehen einen Hochsitz! Wir sehen einen Hochsitz hier! Ich seh überhaupt keinen Hochsitz! Ach so, doch da! Ich bin quasi linksrum vorm See gegangen! Oh Gott! Und dann war er auf einmal da und hat mich eingegriffen! Ah, hier ist Munition! Hier ist Munition und Signal! Was kann man eigentlich bei diesem Ripped Branch machen? Ist das ein anderer Hochsitz? Man kann Blätter rausreißen! Signal-Bullet! Ich hab Signalpistolen zwei und du hast richtige Munition, ne? Ich glaub schon! Aber ich hab ja auch das richtige Gewehr! Ja! Hier ist ein Zaun! Das Game ist echt besser als ich dachte! Ja, ja! Definitiv! Ich bin gerade wirklich überrascht! Wir müssen dich nur mal finden jetzt hier! Pass auf! Ich komm mal zu euch zurück! Machst du nen Vlog oder was? Machst du nen Vlog oder was? Vlog! Vado macht nen Videoblog! Talk to Dana TV! Ja, wir sind jetzt hier im Wald, ne? Der Unge kommt gleich! Da kommt sein Longwoodi angerollt! Der holt sich noch veganes Würstchen vorher! Der holt sich noch veganes Würstchen vorher! Der holt sich noch veganes Würstchen vorher! Um den Yeti anzulocken! Ich hoffe das klappt! Yo! Der legt hier vegane Schnitzel hin, um den Yeti anzulocken! Deswegen rennt der immer weg! Der Yeti wurde nie wieder gesehen! Ich bin ganz an den Wald gegangen! Yeti wandert aus! Hier ist ein Zaun, Alter! Der war grad direkt! Der war grad direkt vor mir! Ich und Bardo laufen schon im Licht rum! Ja, pass auf! Ich versuche einfach meinen Weg hier alleine durch! Vielleicht komm ich ja... Ich glaub da hinten seid ihr! Da leuchtet was! Ja? Hallo! Ich seh was leuchten! Wait! Ich wickel mal ein bisschen mit dem Licht! Vielleicht siehst du es denn besser? Äh... Ne! Es ist... Achtung! Es ist ne Kamera von uns! Wir sehen die Kamera doch auf der Minimap! Aber... Ich bin bei einer Kamera! Ich weiß aber nicht welche! Äh... Schaui! Von... Von dem Punkt der mit 4 markiert ist! Wie weit bist du da weg? Oder in welche Richtung? Warte! Ich kann's dir genau sagen! Ja! Ich bin jetzt bei Kamera... Äh... Ich seh keine Kamera! 3! Ich bin bei Kamera 3! Lass uns bei 4 treffen! Ja, lass uns beim Punkt 4 treffen! 4 ist direkt gegenüber! Okay! Wir kommen zum Punkt 4! 4 ist unsere Homezone! Alter! Vielleicht ist man sich hier... Verirrt! Krass! Das Spiel ist echt nice! Das macht Bock! Das ist doch spannend irgendwie! Ist geil! Da! Da hinten! Ich seh euch! Ich seh euch! Ich seh euch! Ich seh euch auch! Dich! Ich hab ja einen Weihnachtsbaum gefunden! Ich hab ja einen Weihnachtsbaum gefunden! Genau da wo ich jetzt herkomme! Eiei! 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 Aber wo ist unser Trailer? Wo ist unser Trailer? Aus Angst! Das ist die Frage! Den seh ich nämlich auch nicht auf der Karte! Lass uns mal nicht auf die Karte gucken! Lass uns mal zusammen bleiben! Verwenden sie Medizin! Oh! Schau! Warte mal! Du bist verwundet! Ja ich wurde ja auch angegriffen! Aber wie kann ich denn dir... Das coole ist! Der hat grad voll gezittert als der Yeti mich angegriffen hat! Da hat richtig die Waffe gezittert! Krass! Wie kann ich denn dir das geben? Verwenden sie Medizin! Achso mit Haar! Ah! Jetzt bist du wieder fit! Ja mir geht's besser! Ich bin auch gerade paranoid und hört überall Geräusche! Ja doch! Ich auch! Kommt einfach mal mit! Folgt mir mal! Ich glaube da hinten ist unsere Homezone! Guck mal da ist der! Seht ihr da hinten den Hochsitz? Ja ja! Genau da hat er mich angegriffen! Wir müssen zum Trailer! Wir müssen zum Trailer! Wir waren auf einem anderen Hochsitz glaube ich! Wir müssen zum Trailer! Dann haben wir die Folge! Für mich überlebt! Ich weiß nicht wie lange ihr auch! Aber dann haben wir die Folge überlebt! Ja ja! Ist richtig! Trailer! Ich hab Angst dass der mich gleich anspringt! Oder es blitzt mich einfach totet! Hier ne? Aber ich glaube der Blitz schlägt nur in Bäume ein! Hier ist voll das Arschloch ey! Ja! Wir sind einfach Bäume! Fuck you! Vor Baum erschrocken! Geil natürlich! Okay du weißt wohin schaue ja! Oh! Da! Ich seh ihn auf der Karte! Ich seh einen Trailer auf der Karte! Ja! Okay! Ja ja! Über die Brücke! Wir gehen hier lang! In Richtung Brücke! Die Liebesbrücke! Weg! 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 Alter was! Ich hab Schaden gekriegt! Ich hab so viel Schaden gekriegt Leute! Was? Ich hab keine Medizin mehr! Ich bin durch den... Ah! Sagste? Ja! Okay! Der Baum lag! Ich bin voll geil! Der Baum lag! Ich bin durchgesprungen! Ich hab die Hälfte meines Lebens verloren durch den Baum! Krass! Der Wald ist voller Jumpscares! Ja übelst krank! Das ist total cool! Voll instabil! Rechts zu re! Ja ein Hirsch! Genau! Ein Hirsch! Hirsch! Eine Röhrer! Ein Hirsch! Ein Röhrer! Wie macht der Hirsch? Rrrrrr! Ja! Das wollte ich hören! Da hinten leuchtet wieder was! Hier ist unsere Superfalle! Ja geil! Hier ist es noch da! He will never know! Nein! Das ist vielleicht eigentlich nicht in die Falle liegen! Irgendwann kommt der bestimmt wieder! Nein! Daneben! Ach da ist er! Ich seh ihn! Nein! Der Kröder ist in der Falle liegt daneben! Die Mäusefalle! Die Mäuse... Die beschissensten! Uh! Ich höre! Wo ist er? Uh! Sorry! Ich musste was sehen! Ja! Kannst den Yeti sehen! Ja das will ich ja! Ich! Wir müssen zur Basis! Wir müssen zur Basis! Wir müssen zur Basis! Wir müssen zur Basis! Zur Basis! Zur Basis 1! Auf zum Atom! Wiii! Hier muss er irgendwo sein! Wir müssen ganz in der Nähe sein! Hä? Der Trailer? Achso noch ein Stück! Ja ja! Ja noch ein Stück! Da hinten nicht sehen! Folgt mir! Also die Karte ist aber nicht grad akkurat! Der Wald ist auch mächtig instabil hier! Sind die Sachen mit Feuer jetzt gespawned? Sind die wieder da? So! Ja ne? Keine Ahnung! Aber ich hab jetzt auch endlich so ne Flash dann! Nice! Proud of you! Was machen wir eigentlich mit dem Seil? Kann man das wirklich irgendwie... Keine Ahnung! Die kann man dann festbinden und dann... Kann man sich an ihm vergehen oder sowas! War auf denn die Pistole? Ist auch keine Pistole! So ich glaube jetzt können wir hier bei der... Ah! Guck mal! Jetzt können wir hier rumgucken! Ich seh unsere Freunde! Kommt mal zum Computer! Da könnt ihr die... The fuck! Was ist das denn? Willkommen zu meinem Vlog! Bados Privatkammer! Das ist die Freak... Die Freakshow im Zirkus! Ja! Zuhause! Was können wir hier rumgucken? Geh mal... Geh mal am Computer! Dann kannst du die Kameras, die wir verteilt haben... Oh! Ich kann die Fenster auf und zu machen! Nice! Wie... Wie denn? Oh! Kommt ja auch hier hin! Also! Tastatur! Mit E! Stimmt! Da war was! Da war was! Ich hab die Falle im Blick! Das Fleisch ist daneben! Das Geile ist, am Monitor sieht man, wenn du dich umguckst! Wie kann man denn die Kamera wohl wechseln? Geil! Ist das da? Ähm... Ich weiß nicht! Zwei! Mit den äh... Mit den Nummer-Tasten! Okay, wir können noch vier weitere Kameras verteilen, glaube ich! Haben wir denn noch welche? Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne intellektuelles... Das ist ein intellektuelles Problem! Hier links sind Leute, die verschwunden sind... Die sind mitten in der Nacht! Und die sind... Lost, lost, lost! Und die Frau wurde... Ja! Da ist ein... Da ist ein Haken dran! Weißt du das nicht gestorben? Wahrscheinlich ist das die... Die Kartenfahrerin vielleicht! Ja, aber was... Haben wir die gefunden und deswegen ist da der Haken... Da ist ein Haken dran! Weil wir die Leiche... Wir haben da so ne kleine Strichliste! Bei Leder Leiche da setzen wir da so ein... Ja, müssen wir jetzt alle Leichen im Spiel finden? Als Bonusaufgabe nutzt? Keine Ahnung! Bestimmt! Ich seh hier nichts, ey! Die Kameras nerven! Wie kann man hier wieder weg? Oh, so! Alles klar! E, raus! Keine Ahnung! Hier ein Akku ist, Alter! Guck mal, hier steht's noch! Main Task! Find and catch Bigfoot! Put Bigfoot in a cage! Find lost tourists! If possible! Krass! Okay, nice! Dann weißt du noch, was wir machen müssen! Hey, wir haben 25 Prozent vom Spiel geschafft! Gordon Cooper, also! Gordon Cooper! Er ist leider gestorben! Gordon Cooper ist gestorben! Können wir jetzt hier schlafen? Schlafen wär cool, ne? Geht aber nicht, oder? Nee! Alter, wer röchelt denn hier? Was ist da los? Ich hör's auch die ganze Zeit! Das ist doch Bador! Der lustig wär's denn, wenn die Tür aufgemacht wird und Bigfoot einfach reinläuft und sich ins Bett legt oder so! Ich glaube, der ist zu groß! Ich will den hier gefangen nehmen, ey! Ich will hier ne Falle und ein Fleisch reinlegen! Ja, aber wie? Sollen wir einfach in den Käfig gehen? Komm, wir gehen mal in den Käfig! Ja, unser kleiner Lust-Käfig auf jeden Fall! Komm! Mach das zu! Oh! Oh! Du wirst gleich warm! Ich würd sagen, wir warten jetzt einfach bis zur nächsten Folge! Ja, ganz genau! Okay! Ich würd mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen! Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt! Ich feier das Spiel, muss ich sagen! Wie sieht's denn da mit euch aus? Ja, holt mal einen raus! Und schaut doch bei den jeweils anderen vorbei! Zum Beispiel bei Sef! Denn der hat am wenigsten Abos von uns! Genau! Äh, umgedreht, dass reicht das! So, lasst mal! Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, falls ihr Tipps habt, falls ihr das schon mal irgendwo gesehen habt oder selber spielt vielleicht! Ähm, ja! Wie wir den Typen fangen können, was wir machen können, wo wir den finden und so weiter, ist immer gerne gesehen! Und dann... Ich schieß dich gleich ab! Also... Vielen Dank fürs Zuschauen! Haut rein und ciao!